Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir starten smart in die neue Woche mit einem brandneuen Deal. Diesmal geht es um Philips Hue. Es geht um die zwei Philips Hue White Glühbirnen. Die gibt es normalerweise im Doktorpack nicht unter 28 Euro. Ihr bekommt sie jetzt für 25 Euro. Wenn ihr den Deal wahrnehmen wollt, linkt es einmal für euch unter diesem Video in der Infobox. Wir schauen uns einmal in diesem Video zusammen an, was Philips Hue mit den Hue Whites auf die Beine gestellt hat und vor allem für wen sich diese Produkte alles eignen. Philips Hue ist der größte Smart Lightning Hersteller der Welt. Ich persönlich habe alle meine Lampen mittlerweile mit Philips Hue nachgerüstet oder Zigbee-kompatiblen Komponenten nachgerüstet. Beispielsweise Tint Müllerlicht. Da muss ich sagen, bin ich auch sehr, sehr zufrieden. Allerdings ist das ganze Zigbee-Verfahren und natürlich dementsprechend Philips Hue wirklich perfekt darauf ausgelegt, dass man mehrere Räume zuverlässig mit smarter Beleuchtung ausstatten kann. Philips Hue ist bei weitem nicht der günstigste Smart Lightning Hersteller, aber meines Erachtens einer der absolut zuverlässigsten. Hier haben wir den absoluten Klassiker heute. In diesem Doppelpack-Bundle bekommt ihr zwei Philips Hue White Glühbirnen. Das sind die normalen, in Anführungszeichen, Barmweiß-Glühbirnen von Philips Hue. Die gibt es mit der E27er-Fassung. Das heißt, ihr könnt sie ganz normal in eure Deckenlampen schrauben und dann habt ihr direkt schon Philips Hue im Einsatz. Der Zigbee-Standard bedingt es allerdings, dass ihr einen Zigbee-kompatiblen Hub habt. Dementsprechend gibt es natürlich die Amazon Echoes mit dem Smart Home Hub. Die sind hier auch kompatibel mit diesen Glühbirnen oder ihr holt euch die Philips Hue Bridge. Damit seid ihr dementsprechend direkt mit dem Herzstück des Philips Hue Systems ebenfalls ausgestattet. Ganz großer Vorteil hier natürlich die Lichtqualität. Die ist einfach fantastisch bei Philips Hue. Da lässt sich überhaupt nichts sagen. Sie sind natürlich dimmbar und ihr habt einfach hier ein wunderschönes Warmweiß. Das ist definitiv einer der größten Pluspunkte, wenn es um Philips Hue Glühbirnen geht. Ihr habt einfach eine unglaubliche Detailgetreue und auf der anderen Seite eine unglaubliche Lichtqualität in der Farbgebung. Philips Hue meines Erachtens für jeden ein Muss, der sich überlegt, ein Haus oder eine Wohnung komplett mit smarten Glühbirnen auszustatten und dafür nicht den WLAN-Standard nutzen möchte. Deswegen, wenn ihr die haben wollt, seid hier schnell. 25 Euro für zwei Philips Hue Glühbirnen. Das ist verdammt günstig und nutzt es auf jeden Fall aus. Link ist wie gesagt für euch unter diesem Video in der Infobox. Natürlich gibt es diese Woche ab morgen sozusagen die Amazon Prime Exclusive Tage. Das sind zwei Tage voller Angebote für Prime-Mitglieder. Ihr könnt das auch mit einer Prime Probe-Mitgliedschaft machen. Deswegen, wenn ihr das auch machen wollt, dann meldet euch hier definitiv an. Link natürlich zur Prime Probe-Mitgliedschaft findet ihr ebenfalls in der Infobox. Und dann seid ihr die nächsten zwei Tage auf jeden Fall gewappnet. Ich kann euch jetzt schon sagen, es gibt super viele Smart Home- und Technikangebote. Und ich werde euch definitiv auch die nächsten zwei Tage hier, was die Prime Exclusive Days angeht, auf den aktuellen Standteil. Bis dahin danke ich euch fürs Zuschauen. Macht's gut, meine Lieben. Bis zum nächsten Video. Ciao. Bis zum nächsten Video.